Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecrafts Play auf meinem Kanal Und heute spielen wir eine Runde Skywars mit einer Challenge Wir müssen nach jedem Kill, nach jedem Kill die Super Secret Settings ändern Außer, also wir ändern sie, aber wir können sie dann auch wieder umändern Vielleicht wenn die FPS so weit nach unten gehen, dass wir die mal aufnehmen können oder so, oder? Ja und mit mir Ja und mit dem Dings, Flamingcraft Ich bin das jetzt so gewohnt mit dir zu spielen, dass ich einfach ihn auch nicht mehr zack Kann dir ein Schwert bitte? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab nur das Schwert Als ob ich kein Schwert hab Doch eben Schwert, eben Schwert, eben schärfes Schwert Na danke, sag schon mal, ich stehe jetzt, wenn ihr mal ein Holzschwert macht Okay, hab doch jedem Kill die Super Secret Ändern, die Super Secret Settings Pass auf, gleich in der Mitte, ich sag dir, wenn er wirft Okay, er ist abgelenkt Er ist abgelenkt Und wir müssen halt die Super Secret Settings so lassen Also am Anfang starten wir mit den normalen Texturen, aber Oh, scheiße Sorry Sorry, ich hab gerade einen kurzen Cut gemacht, weil Wenn wir die ein... Pass auf Ich hab einen Weil wir die Einstellungen durch niemanden Doch einer brennt, nein, er brennt Ich hab keine Block mehr Ich hab, ich hab, ich muss mal eine Super Secret zu ändern Die sind sehr einschlange da Okay Bei mir hat sich was geändert Wenn ich in Kill ab Du sie auch, du sie auch umstellen Bei mir ist ein bisschen unschauf geworden Er hat ein Ende voll, er zieht durch Okay, ich hab aber 84 Gold von dem Typ bekommen, er hat Geizhals gehabt Okay, gut Vielleicht sieht's bei euch jetzt nicht anders aus Aber bei mir ein bisschen unschauf ist die Map Ähm Oh, ich muss nochmal ein Ende herbauen Okay, Leute Ich weiß was, schau mal kurz zu mir Schau mal kurz zu mir Schau mal kurz zu mir einfach Ich hab die richtigen Sachen, Super Secret Settings Siehst du mich? Ich lass das Money regnen Ich kann Okay Leute Jetzt hab ich andere Super Secret Settings Also Bessere? Ja, bessere Aber die anderen haben einfach zu sehr gelegt Hast du Blöcke? Äh, ja, 15 Durch die Goldblöcke Äh Von hinten, von hinten Sagen wir mal Wir hatten Goldblöcke Ich mach jetzt energy water Äh, energy lava Energy lava, juhu Schaffen wir den vielleicht? Sie sehen uns schon brennend ankommen Hallo, 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 hallo Ich geh auf den Ah, der Abstrauber kommt Der Abstrauber kommt Der Abstrauber kommt Ja, der rennt mal weg Renn mal weg Ich bin down Ich bin down Die haben einen Mobkreis gemacht Okay, ich muss die Super Secret adding Settings Nimm mein Schwarz, gell? Okay, Leute Ich hab jetzt Schwarz Weiss Ja, ich muss die Runde gewinnen Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir Wie sieht das jetzt, die Habsuche so deutlicher So ein Scheiß Wer, 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 wer Rüstung hat? Er hat einen Schwarz Er hat einen Schwarz Wer Rüstung hat er? Er fliegt 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 Okay, jetzt hab ich wieder den normalen Einstand Oh, na, bis hier Unschau Achtung, da kommt oben wieder Ich möchte sie wieder ändern für euch Aber Das ist halt die Challenge Ich muss halt so Achtung, Schneebelle Schneebelle Ich mein, ich bin dumm oder so Äh, soll ich die Wahrheit sagen? Warte Ja, ich bin dumm Okay Party hoch Ja, warte, vergiss die und vergiss die und Okay, vergiss die nicht, vergiss die nicht, vergiss die nicht Er holt Okay Ja, hat mir, hat mir Natürlich hat er mir Oder? Nichts Er hat einfach noch eine Ende, Paul Er zieht einfach zweimal durch, ja Ich hab, das ist halt so typischer Dingsmove Ich hab runtergefallen No Er ist drüben auf der Base Ja, aber Ja, vergiss die und vergiss die und hol die andere Dann rede ich doch hinter mir, oder? Äh Wie musst du Ja Ja Wie er es gesehen hat Skywars Schwitzer Na zockt Zockt aber, ist ganz Skywars Er hat sich in Trank gegant Oh Boah Jemand besserer Scheiße, ich bin tot Ja Dann in der nächsten Runde sehen wir uns Also Er hat sich selber angezündet Er hat sich selber angezündet Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Okay Ja, oder wer hat denn von uns? Ich hab, ich ändere sie schnell Ich hab, ich hab, ich hab' ich hab' die Ich hab' dich nicht aufgenommen Ich hab' dich nochmal ändern Jetzt hab' ich die, die ganz normalen Names genau und jetzt hätte ich anders ob er sich richtig gut total cool oder brutal scheiß zu haben wie so bald in dem ersten ich könnte ihn auch schon in den wortwörtlich aber das machen wir nicht wir sollten er zusammenbleiben bitte du ich kann das nicht bedienen ich glaube auch schütteln okay warte verdammt aber er baut doch schon zu uns wir bleiben einfach auf der insel ich schießt das okay von dem respekt in der mitte der kommt schon ich muss den killen wenn du mal wieder an sich ich schicke das dann eh dann wenn du schon sehen was das oh ja wenn es auf settings ja vielleicht ja vielleicht gibt es auch settings über dem tut den in den übernehmen den anderen ja ja ich muss drauf was ja ich ich finde ich ich nicht okay okay wir haben ihn als gleiche aber es bringt nichts ich glaube du kannst schützt die settings ändern oder ja jetzt sind sie geil wir haben noch ein gegner die runde gewonnen das wäre doch cool wenn man schaffen würden bitte bleiben wir zusammen bitte bitte aber ich nenne die möchtest nützen nutze zurück na oder nimm du sie dass die zuschauer was haben okay wo bist du warum ich gerade drüber wo bist du ich bin dann auf einem base er ist in der mitte in der mitte ja es sollte aber keine schneewelle haben ja wir haben die runde gefallen hat dann lasst den daumen nach oben da und bis zu und bis zum nächsten Mal